Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich wieder eine Kooperation mit einem Shop, nicht Shop, sondern es gibt bei Amazon zu kaufen und zwar es geht um ein Spielzeug für meine Tochter und dass sie so gerne damit spielt, habe ich ja gesagt. Ich werde aber nicht für meine Meinung bezahlt und ja, deshalb steht immer bei mir oben Dauerwerber Sendung und ja, ich sage einfach nur meine Meinung und dann am Ende werde ich noch ein bisschen abspielen. wie sie damit spielt und ja, und ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Video. So, einmal der Kartonkissier. Machen wir auf. Ja, es geht um diese wunderschöne hier Doktor Kids Tasche, ja, Medizin Center. Jo, steht ab drei Jahren, sie ist zwar schon sechs, aber sie spielt trotzdem noch sehr gerne damit, sie macht das immer ihren Plusstieren, immer wenn sie Auer haben oder so, dann spielt sie sehr gerne damit und ja, und deshalb habe ich dann zugestimmt. Und ja, und alle Infos zu dieser, es kostet 19,99 Euro und alle Infos zu der, das Produkt werde ich euch unten verlinken. Ich weiß nicht, ob ich Rabattcode bekomme, bekomme oder nicht, aber werde ich euch alles dann in Infobox versetzen, äh, verlinken. Ich zeige euch auf und zeige euch, wie das aussieht und dann, ähm, ja, zeige ich euch dann, wie sie damit gespielt hat. Einmal die schöne Tasche aus Plastik, sehr schön in weiß und grün. Ja, nicht schön. Hätte ich auch gerne selber, als ich klein war. Ich hatte nie solche Spielzeuge, weil wir waren drei und ja, gab es nicht so viel Geld wie heute. So, dann ist so, kommt das so an, mit einer extra, so einer Arbeits, ähm, äh, hier, wie heißt das? Klamotten. Zum Verarzten. Hier kommt sowas Weißes noch drinnen. Und ja, verlinke ich euch ein Bild, wenn sie das anzieht. Und, äh, jetzt machen wir die schöne Tasche auf. Ja, das erstmal. Dann kommt das so und hier sind Stickers, dass man das ableben kann, die Sachen. Und ja, alles aus Plastik oder Kunststoff, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Und dann werde ich euch dann zeigen, wenn sie morgen damit spielt oder heute noch. Mal schauen. Das ist noch ganz gefüllt mit vielen Sachen. Einmal das. Einmal hier zum, äh, operieren und so. Dann zum Abhören und, äh, Mund und so alles. Und noch hier so zum, äh, hier, so ein Band für die Tasche. Zum Mitnehmen, wenn wir so irgendwo hingehen. Und das noch dazu. Ja. Ich finde das total süß. Und sie wird sich so freuen, weil sie liebt sowas. Echt, ihr, das ist das Perfekt für sie dann. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne Feedback da lassen. Ich freue mich immer. Und ich sage, wir sehen uns demnächst. Und bleibt alle gesund. Und Tschüss! Untertitelung. BR 2018